Garen, einer der bekanntesten Ärzte der Antike, vertrat die Annahme, dass das wache Gehirn und Flüssigkeit durch den Körper treibe und dabei selbst immer trockener würde. Im Schlaf schließlich, so seine Hypothese, strömen die Flüssigkeiten wieder zurück in das Gehirn. Im Schlaf wird das Gehirn also mit Flüssigkeit durchtränkt. Vor kurzem nun, und das heißt 2000 Jahre nach Garen, wurde ein effektives Drainagesystem im Gehirn entdeckt. Ein Drainagesystem, das uns ein wenig an die Idee des antiken Arztes erinnert. Worum geht es hier? Bis vor relativ kurzer Zeit wurde davon ausgegangen, dass das Gehirn kein eigenes Lymphsystem besitzt und dass das periphere Lymphsystem entsprechend an der Schädelbasis endet. Die Bewegung der Lymphflüssigkeit im Körper ist enorm wichtig, unterstützt jedoch den Abtransport von überschüssiger Flüssigkeit und von Stoffwechselabfällen. Wenn man sich nun vorstellt, dass das Gehirn einen hohen Energieverbrauch und entsprechend einen hohen Stoffwechselumsatz aufweist, dann drängt sich die Frage auf, wie werden die aufkommenden Stoffwechselprodukte und Proteinabfälle im Gehirn entsorgt. Die Hypothese war, dass die Abfallbeseitigung auf Zellniveau stattfindet und die Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit, also der Liquor, der Liquor Cerebrospinalis, englisch meist CSF oder Cerebrospinal Fluid. Dieser Liquor also, er soll die Aufgabe des fehlenden Lymphsystems übernehmen können. Doch wie sollte das geschehen? 2012 entdeckte eine Forschungsgruppe unter der Leitung der dänischen Neurobiologin Meiken Niedergaard einen physiologischen Mechanismus im Bereich der Gliazellen des Gehirns, genau genommen der Astrozyten. Und diese Entdeckung könnte die Antwort auf die gerade gestellte Frage sein. Durch die funktionelle Ähnlichkeit zum Lymphsystem des Körpers tauften die Forscher das neu entdeckte System glymphatisches System, zusammengesetzt aus Glia und Lymphe. Wie kann man sich dieses glymphatische System nun vorstellen? Das Gehirn zeigt sich sehr reich durchblutet. Die zahlreichen Gehirn-Arterien durchziehen auch den letzten Winkel des Gehirns. Hier im Bild nun einige Impressionen dazu. Nun weisen die Gehirn-Arterien wie auch Venen eine Besonderheit auf. Sie besitzen um ihre Außenwand einen zusätzlichen Gefäßspalt oder besser Gefäßraum. Da dieser Raum die Gefäße umgibt, wird er perivaskulärer Raum genannt. Englisch para-arterial space. Das bedeutet also der Raum um die Gefäße herum. Das Gefäß war's und Epi heißt drum herum. Die innere Wand dieses Hohlraums bilden die Wandzellen der Blutgefäße. Die äußere Wand wird durch spezielle Ausläufer der Astrozyten geformt. Diese Astrozyten-Endfüße oder Endfüßchen lagern sich zu einem dichten Geflecht zusammen, das diesen perivaskulären Raum umschließt. Dass dieser Hohlraum um Arterien und Venen existiert, war schon länger bekannt. Doch eine Funktion konnte ihm nicht zugeordnet werden. Niedergaard und ihr Team wurden auf diesen perivaskulären Raum aufmerksam, weil die Astrozyten-Endfüße eine hohe Zahl an Wasserkanälen aufweisen. Diese Wasserkanäle, auch Aquaporine genannt, sind zum Beispiel in der Niere in großer Zahl anzutreffen. Die Tatsache, dass sie auch in den Endfüßchen der Gliazellen des Gehirns in ebenfalls großer Zahl anzutreffen sind, warf Fragen auf. Zumal die Wandzellen der Blutgefäße über keine Aquaporine verfügen. Das Forscherteam vermutete, dass der Hohlraum als Leitungsbahn für Liquor, also Liquor Cerebrospinalis, dienen könnte. Mit Hilfe aufwendiger Methoden, die die Bildgebung bei lebenden Organismen erlauben, konnte der Weg der Flüssigkeit im Gehirn von Mäusen gezeigt werden. Aus dem Subarachnoidalraum, einem Raum zwischen den Hirnhäuten, in dem ebenfalls Liquor entlang fließt und der das ganze Gehirn mit diesem Liquorspalt ummantelt. Von diesem Subarachnoidalraum also wird ein kleiner Teil des Liquors durch den perivaskulären Raum um die Arterien gepumpt. In der ersten Aufnahme wird dies schematisch dargestellt. Wir sehen dort, wie also dieser Liquor nun durch diesen perivaskulären Raum hindurchzieht und von den höheren zu tieferen Gefilden herabsinkt. Um das Ganze wirklich anschaulich zu machen, schauen wir uns nun noch eine zweite Aufnahme an, und zwar eine am lebenden Organismus. In dieser Aufnahme von Elif und Kollegen erscheinen links die oberflächlichen und rechts die in der Tiefe liegenden Hirnarterien. Man kann nun schön sehen, wie der grün angefärbte Liquor an den arteriellen Gefäßen entlang in die Tiefe zieht. Das heißt, der Liquor gelangt von den oberflächlichen in die tiefen Hirnbereiche und er zieht im perivaskulären Raum entlang, um sich von dort auch in die Umgebung auszubreiten. Dazu gleich mehr. Zunächst gilt es zu klären, wie dieser Strom angetrieben wird. Dies geschieht durch die Wellenbewegungen der Arterienwände. Sie wiederum werden vom Puls erzeugt, der am Herzen seinen Ausgang nimmt. Dieser arterielle Puls, der sich auf den Liquorstrom überträgt, ist in der Darstellung nun neben mir sehr deutlich zu sehen. Vom perivaskulären Raum kann die Flüssigkeit durch die schon beschriebenen Wasserkanäle in die Astrozyten gelangen, um schließlich in den Raum zwischen den Zellen, den extrazellulär Raum, zu gelangen. Dort sammelt der Flüssigkeitsstrom Proteinreste auf und gelangt schließlich in den perivaskulären Raum um die Venen herum und verlässt dann schließlich, nicht zuletzt auch über Lymphgefäße, das Gehirn. Ein wirklich anspruchsvolles und zugleich sehr elegantes Funktionssystem. Wir wollen es noch einmal in einer weiteren Darstellung von Professor Elit und Kollegen genießen. Nun sagte ich gerade, dass der Abfluss am Ende auch über Lymphgefäße erfolgt. Wie das, wodurch im Gehirn keine Lymphgefäße existieren. Oder? 2015 konnte diese alte Lehrmeinung ebenfalls widerlegt werden. Klippnis und Kollegen von der University of Virginia konnten nachweisen, dass die Hirnhäute, also nicht das Gehirngewebe selbst, aber die Hirnhäute, über richtige Lymphgefäße verfügen. Die Forscher schätzten die neu entdeckten Lymphgefäße nach dem glymphatischen System als zweite Stufe des Entsorgungssystems des Gehirns ein. Und so können die Flüssigkeiten des glymphatischen Systems am Ende sehr wohl auch über Lymphgefäße abgeführt werden. Die Niedergard wie auch die Klippnis-Gruppe vermuten, dass sich Störungen dieses Reinigungssystems schädlich auf das Gehirn auswirken könnten. So zeigte sich bei Mäusen, deren Wasserkanäle durch einen genetischen Defekt ausfielen, dass die Entsorgung von Beta-Amyloid-Partikeln bei ihnen erheblich länger dauerte als bei gesunden Tieren. Somit könnte eine Störung des Entsorgungssystems zur Entstehung einer Alzheimererkrankung beitragen. Denn da spielen ja die Beta-Amyloid-Partikel eine große Rolle. Das gleiche wird aber auch für den Parkinson und andere neurodegenerative und neuroentzündliche Krankheitsbilder diskutiert. Auch der Schlaf kann in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Denn das glymphatische System arbeitet am intensivsten im Schlaf. Niedergard vermutet gar, dass die Spülung des Gehirns ein wichtiger Grund dafür ist, dass Wirbeltiere schlafen. In der Animation sehen wir den Vergleich der Drainage bei der wachen bzw. der schlafenden Maus. Um den Durchfluss durch das Nervengewebe noch zu erleichtern, vollzieht sich noch etwas ganz Spannendes. Der Raum zwischen den Zellen, der Extrazellulärraum, er vergrößert sich während des Schlafs. Genau genommen stehen 60% mehr Raum zur Verfügung. Die Zellen selbst ziehen sich dabei regelrecht zusammen. Sie scheinen zu schrumpfen. Interessanterweise ist einer der Faktoren, der die Zellen eher sich vergrößern, also man könnte sagen eher anschwellen lässt, der Botenstoff Noradrenalin. Somit sollte der Noradrenalinspiegel nachts nicht zu hoch sein, um das Zusammenziehen des Zellgewebes auch zu ermöglichen. Noch einmal in Kürze. Das glymphatische System ist das Gegenstück zum lymphatischen System im Gehirn. Als solches ist es zentral für die Flüssigkeitsbewegung, die Abfallbeseitigung und möglicherweise für die Immunität des Gehirns. Sind es doch täglich etwa 7 Gramm verbrauchter Proteine, die ausgeschwemmt werden müssen. Das heißt, die jährlich ausgeschwemmte Menge entspricht etwa dem Doppelten des Gehirngewichts. Das glymphatische System ermöglicht also die Bewegung des Liquors aus dem Subarachnoidalraum entlang der perivaskulären Räume, wo er sich mit der extrazellulären Flüssigkeit innerhalb des Gehirngewebes am Ende vermischt, bevor er schließlich über die perivenösen Räume abfließt. Da bis zu 95 Prozent der Entsorgung während des Schlafes erfolgen, kommt der Nachtruhe auch im Rahmen der Reinigungsprozesse eine große Bedeutung zu. Der Fluss vollzieht sich nachts schneller, vermutlich auch dadurch bedingt, dass die Zellen nachts etwas zusammenschrumpfen und somit bis zu 60 Prozent mehr Platz zum Durchspülen gegeben ist. Laut Ski und Kollegen findet der beste Abtransport oder sagen wir mal ein besonders guter Abtransport in Seitenlage beim Schlafen statt. Im Wachzustand sind die Zellen entsprechend nicht zusammengezogen. Man könnte sagen, sie sind eher etwas geschwollen. Dieses Anschwellen bei Tage wird durch das Noradrenalin unterstützt. Das heißt, nachts weniger Noradrenalin erhöht den Durchfluss und die Reinigungsleistung. Dass zum Beispiel bei schwer traumatisierten Menschen sowohl der erholsame Schlaf gestört ist, wie auch ein höherer Noradrenalinspiegel vorherrscht, erscheint vor diesem Hintergrund in einem ganz besonderen Licht. In ganz aktuellen Konzepten wird das glymphatische System auch als eine Art Interface zwischen Gehirn und Körper angesehen. Dazu aber mehr an anderer Stelle. Applicant dem Durchfluss aufreißen Menschen getroffen hat. Diese Einbeugem Immobilie